ja alles zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu simcity via und genau liebe freunde wir waren beim letzten mal hier unten rechts an der ecke angekommen und wir sind nach wie vor beim aufbau von unserer hauptstadt bzw ausbau und genau ich glaube ich wollte auch hier dann noch mal einen hafen hin machen genau hier unten machen mache ich auch noch aber wie gesagt erst mal möchte ich mich tatsächlich hier weiter ausbreiten weil ihr seht das was hier alles wieder entstanden ist in der list folgen das ist wirklich heftig wirklich wirklich heftig ich glaube wir haben hier angefangen zu bauen und sind dann hier rüber gegangen und haben hier alles geflastert es ist einfach so krass es ist einfach so heftig so ok es geht weiter mit unserer mega polis hier ok die straße kam bis dahin hin so wie machen wir das denn jetzt ich glaube einmal sechs sieben acht ich glaube einmal so um genau und der rest sind dann wieder gewerbe gebiete wobei wo sind die schule da ist ja das passt noch dass ja wobei wir können es aufteilen wir können hier wohngebiete machen und hier unten ja das ist eine gute idee das machen wir so alles klar dann geht es mal weiter mit unserem großprojekt ja ok ist dasselbe ja wobei gar nicht mal da können wir ein bisschen den platz mehr ausnutzen tatsächlich wenn wir das so machen ja perfekt so freunde die nachfrage ist nämlich nach wie vor da wie ihr seht nach bewohnern nach wohnungen und würde ich vorschlagen machen wir direkt mal weiter also ich freue mich natürlich dass wir wieder eingeschaltet habt ihr bei sims 4 wie wir tatsächlich hier in den letzten zügen sind wir haben sämtliche probleme in der stadt gelöst tatsächlich es scheint jetzt tatsächlich keine probleme mehr zu geben und ja das freut mich tatsächlich sehr dass wir das auch so gut gemeistert haben auch durch eure tipps also ohne die tipps der community auch mal vielen dank an alle wäre das nicht möglich gewesen definitiv nicht und ja so geht es dann dementsprechend wie gesagt mit eurer hilfe ja richtung ende so aber wir müssen hier nochmal kurz abbrechen zack 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 bahnstadtverbindungen ganz wichtig hier nicht vergessen nicht vergessen weil das ist mit eine haupt boah alle nicht miteinander verbunden was sind hier los also mit einer eine haupt voraussetzung für so eine riesen mega mega polis damit die funktionieren kann alle nicht miteinander verbunden gewesen oh mein gott ja jetzt 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 kommen sie alle ok das war tatsächlich ein bisschen dumm von mir mal wieder aber ich habe selber noch gemerkt ich war ja ja da kommen sie doch abbrechen mission wollte ich eigentlich auch machen werde ich auch wahrscheinlich noch machen aber dann in der letzten in der allerletzten folge dann tatsächlich wenn es dann wirklich soweit ist so ja wunderbar da kommen noch mehr sehr gut wir knacken tatsächlich drei millionen in dieser in dieser stadt drei millionen einwohner meine güte das ist schon extrem 3 millionen einwohner ich glaube berlin hat 4 millionen kann das sein ja wir sind auf jeden fall so auf dem niveau jetzt angekommen das ist schon unglaublich krass ja unglaublich krass so ähm was wollt ihr denn nicht mauern sondern äh was wollt ihr hier für warum baut ihr hier nicht wollt ihr mehr parks nö die sind einfach glücklich ok ähm beziehungsweise unglücklich weil sie hier nichts bauen wollen ah jetzt ok da kommen sie wieder ok dann machen wir jetzt noch wow ist echt nicht mehr viel ne machen wir jetzt euch hier noch ne vernünftige anbindung vielleicht ist es das was ihr haben wollt ich bin grad ein bisschen überfragt ah ja ich glaube es war das ne vernünftige verkehrsanbindung so ah perfekt freunde das ist einfach perfekt diese haupte diese stadt wow ähm na nicht perfekt wir hatten sehr viele probleme aber ihr wisst was ich meine der fortschritt ist einfach heftig so die streiken wieder hier ähm ja was machen wir da da müssen wir da müssen wir ah ich glaube ich habe schon gefunden was wir da machen können wir können einmal das direkt machen oder äh was kann man für ein neues krankenhaus abreißen ich würde eigentlich unwehr neue bewohner abreißen was kann man dafür abreißen was kann man dafür abreißen das ist die Frage ihr braucht noch ein krankenhaus das hier das kann man gut abreißen ok ha sehr gut ähm so 4000 schon wieder ey pfff die neuen bewohner mit ihren ärzteproblemen das ist wirklich unglaublich pfff so aber ok ah bäume bäume jawoll ah geil es geht weiter es geht weiter liebe freunde pfff so ähm das heißt man müsste hier jetzt hingehen tatsächlich und äh 4x4 na man müsste das einmal so machen und dann so miteinander verbinden so dann nochmal ähm ja die straße einmal so verbinden 1 2 3 4 1 2 3 4 so ich hätte jetzt nämlich lieber mal wieder ein bisschen andere Variationen hier drin und dann muss man hier hingehen und das so machen genau so ähm brauchen wir für euch hier noch eine Monowail Station und hier unten auch nochmal eine an den Rand und habt ihr Polizei und Feuerwehr? habt ihr nicht? doch habt ihr aber noch so gerade ok das ist gut Feuerwehr wie sieht es da aus? ja aber kann man hier hier oben eine hin machen so ähm ja sehr schön können wir hier nämlich das nächste Gewerbegebiet auch machen weil der Hunger nach Jobs hier ist ja definitiv noch nicht gestillt so mal hier und mal hier ja so ach das war es eigentlich schon ne mit der Verkehrsanwendung hier so und so und so und so ja ist ein bisschen weitläufig jetzt ne das Gebiet ähm vielleicht eine Strecke noch in die Mitte machen und hier noch ein so dass man hier dann ah ok hier in der Mitte muss dann nochmal einmal Bushaltestelle und Bahn so ja wunderbar das heißt dann können wir hier nämlich auch dann sind die alle angeboten wow da kommen sie nämlich schon wieder so so ähm einmal so einmal so oh mein Gott die letzten Züge von SimCity 4 ich weiß wir haben dieses Spiel jetzt fast ein Jahr lang gespielt beziehungsweise ich mein jetzt ist er noch nicht fertig ne ähm aber wie sind wir hier mittlerweile seit dem 24.2 ja seitdem der Ukraine Krieg angefangen hat habe ich dieses Spiel ja gespielt und äh wow das ist schon lange gewesen ne sehr lange Zeit finde ich aber eine Zeit die auch sehr schön war beziehungsweise immer noch ist es ist ja noch nicht fertig was mach ich denn was red ich denn da so ein Moment so da bin ich wieder ähm ja ganz kurz was gegessen mal wieder okay äh dann machen wir hier weiter direkt mit dem neuen Gewerbegebiet oh ja guckt euch das an das sieht doch schon wieder richtig krass aus und äh genau während während ich hier weg war habe ich mir noch überlegt dass ich hier unten jetzt noch ein Wohngebiet hin machen werde und dann den Rest mit Gewerbegebiet und dann ist es tatsächlich soweit unsere Hauptstadt ist voll haha oh mein Gott das ist so heftig und äh dann sind wir wahrscheinlich in der nächsten Folge fertig damit ja dann sind wir echt fertig das ist wirklich unglaublich und äh ja hätte ich dann am Ende doch nicht erwartet dass es doch so schnell geht ähm dieser eine Mod ist einfach richtig krass ja richtig heftig und äh aber nun gut wir sind noch nicht ganz durch ähm haben wir jetzt noch so zwei Minuten ungefähr die wollen wir noch nutzen in dieser Folge und genau da würde ich vorschlagen wir machen mal eine Einbahnstraße ähm Frage ist jetzt hier machen wir Gewerbegebiete hin ja ähm das müsste ja so laufen gut gut genau ähm dann am besten ja ähm noch einmal hier so eine kleine Allee tatsächlich und äh eine Verbindung für die äh so für die Einbahnstraße so so sehr schön dann wobei wir können ja auch hier das Gebiet kann man ja auch mit Gewerbe zu pflastern eigentlich naja da kommen ja auch größere Gebäude raus meine ich zumindest dass es auch zweimal zwei Gebäude gibt die ziemlich riesig sind aber gut ähm dafür kommen auch an anderer Stelle erstmal größere okay Freunde ähm gut dann wieder Gewerbe ich werde schon ein bisschen traurig muss ich sagen ich werde ein wenig traurig weil es halt jetzt die letzten Züge sind in unserer Hauptstadt ich werde schon traurig ja ich meine noch ist das Spieleerlebnis wie gesagt noch nicht vorbei aber hm die Musik ist auch gerade sehr traurig aber okay ähm gut machen wir weiter wie gesagt jetzt haben wir wieder diesen komischen Bug hier mit den Parks ist auch alles ein bisschen doof gemacht aber so ähm hier müssen wir ja eine Allee rein ne am Ende ans Ende der Bahn das ist der Autobahn äh da war es doch eben da genau äh machen wir aber nicht so okay das heißt dann fließt hier der Verkehr besser wie ihr seht ganz schön viel los hier ja ganz schön viel los okay ähm genau aber eine Folge kommt ja definitiv noch ne die die wirklich die Final Folge dann nächste Woche wahrscheinlich wenn das so weiter geht ähm wo wir auch nochmal uns die ganze Stadt nochmal angucken ähm nochmal Mission machen ähm einen schönen Abschluss einfach finden oder für dieses Let's Play so okay ähm gut wie gesagt hier würde ich ein Wohngebiet rein machen ein allerletztes oder sollen wir das hier hin machen dann hier Gewerbe kommt wir machen es hier hin das habe ich jetzt gerade so beschlossen ähm ja wie machen wir das denn am besten ich glaube mach das einmal so einmal so und dann hier die Straße durch so so und ähm genau da müssen noch Einrichtungen hin und dann noch eins hier so hin genau korrekt und ähm einmal so die Straße dann machen wir jetzt noch die Einrichtung ich meine wir haben ordentlich äh Plus was die Finanzen angeht darüber müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen wir haben genug so das heißt dann aber auch das war hier tatsächlich einmal eine große Grundschule und eine Großart ganz locker hier reinbauen können so ähm wir sind immer noch fett im Fluss also von da her so ähm hier nochmal ein paar Parks rein beziehungsweise die Zahlestelle U-Bahn so so hier oben dann auch nochmal gleich erstmal verkehrstechnisch anbinden so noch eine Bushaltstellung Bushaltstellung Bushalt 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 so ok U-Bahn-Station 3 4 ah da ist es in die Mitte aber ist egal 5 ja ok das war's und wow wir sind echt fast da ich kann es immer noch nicht glauben so einmal noch schön miteinander verbinden oh jetzt sind wir finanztechnisch tatsächlich ein bisschen in den Wiesen aber hat sich ja auch was hab ich denn da gemacht naja gut dafür bleibt dann mehr Platz für Parks nicht wahr so ok ein bisschen mehr Platz für Parks hier zack 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 so wunderbar so wunderbar so ja da kommen sie doch das äh die wollte ich eigentlich auch noch downloaden diese ganzen Geschenke aber da bin ich am Ende tatsächlich nicht mehr zu bekommen so wir wollen tatsächlich die 3 Millionen knacken noch das ist noch unser großes Ziel hier ah mach doch weg das Ding da äh so Missionen machen wir in der nächsten Folge so ok wunderbar ähm das heißt wir können hier Bäume, Bäume machen Bäume, Bäume machen so ähm jawoll da kommen sie doch sehr sehr schön so muss das aussehen und äh wir brauchen noch ah wir brauchen noch hier unten die äh was hab ich da gesehen ach wir brauchen noch die äh Dings Monorail äh Stationen so genau jawoll schaut euch das an noch einmal hier das Monorail wachsen so haben wir hier eine Station ich glaube das ist eine ja ok oh mein Gott so ja ähm haben noch 9 Minütchen Zeit die brauchen tatsächlich Jobs das heißt ähm oh wir haben hier die Blackouts äh Energie einmal noch genau passt sogar noch in unsere Finanzen rein das heißt hier können wir dann das allerletzte Gebiet so das allerletzte Gewerbegebiet so das allerletzte Gewerbegebiet so das allerletzte Gewerbegebiet verdammt verdammt so ähm gut was ist denn hier los sagt mal was ist mit euch lange Pendelstrecke ok ähm von da ne ist weg ok ok da kommen sie wieder ok sehr gut jaja ähm so muss das aussehen so so jetzt lass mich raten wieder das Krankenhaus oder wer streikt hier jo wieder oha ja ähm wieder das Krankenhaus ähm dann mach doch einfach hier ein Krankenhaus hin so genau töh so dann hier noch ein paar Parks hin ach Mensch Leute so 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 ach mann dieser blöde Bug hier nervt so ein bisschen so weil die suchen nämlich Jobs ohne Ende und äh wir haben hier freie Gewerbeflächen für euch jawohl ähm das heißt das Geschenkchen das kann weg die müsste ich auch mal abreißen tatsächlich ja das Ende das ist jetzt ein bisschen ein bisschen blöden Geschenke man so das Ende ist nochmal schwierig tatsächlich das letzte Gebiet jetzt hier oh mein Gott das letzte Gebiet ja da kommt es jetzt wirklich nochmal drauf an ne dass wir hier wirklich vernünftige richtige Jobs haben und da wow dieses Wachstum ach genau ne ne stopp he he ich wollte hier noch einen Hafen hin machen das fehlte ja auch noch ne stimmt ein Hafen ich bin in der Hoffnung dass das auch so passt das Gebäude möchte jetzt eigentlich nicht dafür einreißen aber aber gut es muss scheinbar es muss weg okay ähm ja perfekt ja perfekt Freunde ah so gut so so gut na komm na komm äh haben wir das nicht das kann man doch so miteinander verbinden wartet mal ah oder auch nicht okay das hatte ich jetzt tatsächlich gedacht okay nicht schlimm ähm okay das heißt dann so genau genau da haben wir jetzt unseren Fährhafen ähm dafür musste ein großer Park weichen na ich wollte schon sagen doch doch ja 5 Minütchen noch da war doch den Hafen hier schon mal gut angebunden gekriegt schon mal gut wird genutzt er wird genutzt er wird genutzt jawoll zwar nicht viel aber ja so immerhin etwas jo ach du heilige wow okay ähm auch wieder abweißen ach du heilige ne ich glaube ich habe auch noch mal ein paar große Plasas jetzt am Ende Ach, wartet mal. Wie kann man da besser da hinsetzen? Genau. So. Immer noch nur Reiche. Nur Nachfrage nach Reichen, Leute. Hm. Kriegt man die Nachfrage jetzt nochmal hoch? Ja, minimal, ne? Das ist tatsächlich jetzt wieder so eine Situation, wie wir sie hatten. Wo die reichen Leute zwar zuziehen, aber nicht arbeiten wollen. Ja, das ist jetzt natürlich... Ich wollte das eigentlich noch mit Jobs machen, aber wartet mal, vielleicht. Nein, 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 vielleicht. Kriegen wir das ja so hin, dass wir hier nochmal eine 3x3 Fläche hinkriegen. für noch eine Plaza. Genau so. Das müsste doch jetzt... Ja, das passt. Sehr schön. So. Ja, minimal die Nachfrage tatsächlich. Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal gucken, ob das so sich aufgeht. Ich glaube, wir brauchen... Ne, Polizei haben sie da. Einfach mehr Jobs. Genau, einfach mehr Jobs. Ähm... So. Dann haben wir hier noch... 4x4. So, dann die letzte... Das letzte... Das allerletzte... Gewerbegebiet. So. Ja, wobei, wartet. Ähm... Ich wollte ja noch einen Hafen hier machen. So, einen letzten Hafen hier. Ähm... International. Bitte funktioniere. Ja. Gut, danke. Ähm... Sehr gut. Dann machen wir das so. Auto und Passagier... Ja, perfekt. Wartet, den mache ich mal einen nach links. Können wir den irgendwie schön mit der Straße verbinden? Was haltet ihr davon? So. So. Ja, perfekt. Alles klar. Ähm... Das heißt, wir können da nochmal eine große Plaza hin. So. Ja, und hier ist jetzt wieder... Ja, ja, ihr seht das. Äh... Wie haben wir das denn beim letzten Mal gelöst? Letztes Problem. Wir sind voll gebaut. Aber noch ein Problem gibt es tatsächlich. Oh! Oh, 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 oh. Ähm... Müllberg. Ich hab da tatsächlich... Was? Wie krass. Ich hab da tatsächlich nicht drauf geachtet, Freunde. Ähm... Müll. Müll, 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 Müll. Oh, shit. Oh, shit. Ähm... Hauptstadt ist voll gebaut. Aber... Ähm... Wir müssen jetzt definitiv das Müllproblem loswerden. Okay, die letzten Züge sind nochmal anstrengend. Wirklich definitiv. Ähm... Holy shit, schon 20 vor 5. Okay. Ähm... So, wir müssen, äh, hier... Müllkraftwerke. So, ähm... Wir müssen im Nachbarschaftshandeln mehr Müll importieren. So. Ähm... Supportstadt ist auch gut voll geworden. Heh. So. Oh, 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 oh. Ja, okay. Äh, Nachbarschaftshandeln. 23.000. Ja, da klingelt mein Ohr jetzt. Ähm... Ist nicht weiter schlimm. So. Ähm... Gut, das heißt, wir müssen einfach weitere Müllkraftwerke uns aufbauen. So. Äh, Nachbarschaftshandeln. Höh. Mehr geht nicht. Welche zerlegen? Ja, okay. Das ist egal. Ähm... Och, nein. Das ist nicht egal. Ach, ihr dummen Umweltschützer. Wirklich. Ja. Ich verderb da eben noch alles am Ende. Das ist so... Ach. Äh, ich sag mal lieber nichts, weil das wäre sonst politisch inkorrekt. Tch. So. Ähm... Nachbarschaftshandeln. So, hier bitte. Mehr importieren. So. Weiter geht's. Ach. Weltschützer. Ach. Schwierig mit euch manchmal. Hä. Vor allem, wenn es jetzt in den letzten Zügen ist. Dieses ganzen Projektes. So. Gut. Dann hier nochmal Nachbarschaftshandeln. Hä? Okay. Oh, wartet mal. Ähm... Wasserverschmutzung gucken. Ja, kommt. Dann mach nochmal eine Kläranlage hier hin. So. Ja. Danke. Okay. Ähm... Ein Müllkraftwerk kann man aber noch hier hinbauen. Man muss doch irgendwie... Müll portieren. Hä? Vielleicht war es das ja schon. Schauen wir mal. Ähm... Okay. Boah, die ist voll. Die ist voll, die Stadt. Die Stadt ist voll. Müll. Ach, Leute. Das ist so gut. Echt. Ähm... Okay. Dann... Schauen wir jetzt mal nach dem Müll. So. Müll. Geht der runter? Ja. Das ist tatsächlich... Das hab ich zu spät gesehen. Ja, ja. Das hab ich zu spät gesehen. Aber jetzt müssen wir ein bisschen laufen lassen. Tatsächlich. Boah, das hab ich total zu spät gesehen. Es tut mir leid, Leute. Ähm... Aber er geht ja jetzt wieder weg. Der Müll sollte ja jetzt wieder weggehen. Ähm... Oh, 577.000. Das ist zu viel kosten. Ähm... So. Genau. Finanzen sind am Ende stabil. Tatsächlich. Und... Ähm... Ich wollte ja... Wer... Wer streikt hier wieder? Ihr schon wieder. Okay. Ähm... Gut. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. Und dann schaffe ich das tatsächlich noch nicht. Aber dann wird die nächste Folge nochmal umso ereignisreicher. Ist doch nichts... Ist doch nicht toll. Ist doch nicht toll. So. Ja, dann... Hier einmal und hier und hier und hier. Und... Genau. Hier können wir nochmal Bus und U-Bahn hinbauen. So. Bus haltestelle und U-Bahn. So. Dann haben wir tatsächlich die komplette Karte voll gebaut. Hier müsste auch noch eine Station irgendwie rein. Genau. Hier wartet mal. Das machen wir noch schnell. So. Jetzt müsste ich es aber auch fertig kriegen. Wisst ihr? So. Ähm. Gut. Ich schimpfe so ein bisschen gegen die Zeit. Weil gleich wird ein bisschen hochkommen bei uns. Aber. Wir haben es. Freunde. Wir haben es. Ähm. Gucken wir jetzt noch nach dem Müll. Ja. Er wird weniger. Ähm. Müll. Ja. Definitiv. Definitiv. Ungefähr wird weniger. Ja. Das habe ich zu spät gesehen. Freunde. Das habe ich definitiv zu spät gesehen. Deswegen sind hier auch keine großen Firmen mehr. Zugekommen. Ähm. Ja. Hä. Sehr interessant wie das alle... Oh. Schau dich das an. Wie das alles zusammenhängen kann. Drei Millionen. Wir haben die drei Millionen geknackt. Hahaha. Sehr gut. Gut. Alles klar liebe Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ähm. Wie wir dann die letzte Folge tatsächlich und das Finale haben werden. Oh mein Gott. Ähm. Jawohl. Es ist soweit. Ähm. Das Müllproblem aber gelöst. Der Müll wird immer weniger. Und ähm. Genau liebe Freunde. Dann würde ich sagen. Jo. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann lasst mir doch mal gerne über ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Äh. Würde ich mich sehr freuen. Dann seht ihr gerne weiter den Kanal. Und ähm. Ja. Wie es hier weiter geht. Seht ihr wie gesagt beim nächsten Mal. Schönen Abend. Und ja. Dann würde ich sagen. Wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ah. Moment. Ich habe noch was vergessen. Äh. Nachbomus. So. Haha. Jo. Wie gesagt. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen an. Und ähm. Boah. Sieht schon krass aus. Ja. Sieht schon richtig heftig aus. Okay. Jo. Dann würde ich sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne. Tschö tschö.